fallrückzieher mit auto das kann auch nicht jeder die sehen aber nice aus ich glaube die haben schon lange nichts mehr gegessen zack jawohl super kombo ich bin pünktlich zum essen da sein also haltet mich hier nicht auf ja genau auf die fresse zack boom pang weg mit dir genau so zack ding dong wie ein budd spencer fühlen mir die fliegen ja durch die gegend hier komm her jawohl ja und zack und pump und fängt und auf die fresse ja der mit der sense tanzt die gehen ja ab wie ein flummi so das war mal action sag ich euch mann 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 wenn wir wieder den ganzen blumen das waren da unten hier konnte man nur was einsammeln sehr gut wollen wir ja nicht liegen lassen könnte noch sinnvoll sein bevor sich jemand abholt aus dem fundbüro oder so ok hier geht es nicht weiter hier geht es weiter ganz schön fliegt der junge etwas auf dem kasten hm so glaube ich werde es dort bevor du machen v oh ich bin hier 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 oh oh ich nerve der sollte man runter gehen wo geht es denn da lang das ist hier richtig sehr wahrscheinlich nur hier durch ne Ich versuche mich zu stoppen. Oh, was soll ich tun? Ja, ich kann das funktionieren. Oh, wie schnell ist der Weg frei? Ich sollte einfach meinen Weg durch hacken. Okay, okay, okay. Nö, da kommen wir ja her. Gehen wir mal nach oben. Wo? Welcher Weg kam ich wieder? Da kommen ja Bienen, Maja. Du hast letztes Mal deinen Honig nicht geliefert. No. Jetzt schießt er hartnäckig. Alter Schwede, wie viel braucht die denn? Ist ja nicht ganz knusper. Hier geht es nicht lang. Warte mal, hier hinten rechts ging es doch lang, oder? Ne, die Tür war zu. Das wieder? Nicht kurz, dafür sollte er den Weg frei machen. Ja, toll, aber ich habe keine. Ich muss jetzt mal welche sammeln. Ach, da ist ja einer. Oh. 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 Das war's für mehr, ja, bomb, 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 bomb. ja da kann man mal sehen wie es bei mir im schlafzimmer abgeben da ist wieder frei aber hier haben wir noch was zum einsammeln liegt nur eine sechflasche um auch nicht geht es hier lang vielleicht können wir was einsammeln ach so hier muss sein dass wir der weg gleich frei seien lecker die ganze geschmur da hier ja manche wände denken und böden tragen spezielle muster wenn du diese vom weiten aus der wichtigsten position richtigen winkel betrachte werden sie kombiniert und enthüllen eine geheim mission stelle dich auf die glühende stelle in der nähe und blicke in die richtige richtung um das muster zu vervollständigen dadurch kannst du die geheim mission dieses bereichs spielen okay die mission stellen sich vor einer aufgabe für die du eine belohnung gehälte nach dem entdecken einer gar mission kann diese mission im hauptziel ausgewählt und beliebig oft erneut gespielt werden ok ja hier die mission eliminiere alle dämonen heftig heftig frage ob ich das schaffe kombo auf jeden fall mega zusatzpunkte das sind mal wieder diese fliegen kommen die sollten es doch gelernt haben dass ich dass sie gegen mich keine chance haben auch er hier wieder das dünnige rippe der mit der sense tanzt auch ich glaube wir schaffen die mitten zusatzmission ja super haben wir geschafft fragmente einer blauen kugel fragment kristallisierte lebenskraft viele fragmente formen ein kristall der die maximale lebenskraft erhöht geschafft jetzt will ich aber wieder zurück in mein schlafzimmer danke so genau ach ja wir mussten ja hier ging es ja nicht weiter mussten ja durch die tür genau hier lang hier läuft noch testbild vorm fernseher das ist auch schön prima mal was los das ist ein sm-studio gar nichts gegen ja werde ich nicht das ist ein sm-studio gar nichts eine sense bringt ja auch nichts da glüht sogar mein schwert ja das kann ich ja kann ich ja mal wieder anzünden so gucken wir mal wo wir überhaupt lang müssen nachher nachher genau hier durch hier war versperrte müssen wir in die andere richtung ist auch versperrt ne bringt nix ist zu resistent ist da noch eine tür ist da noch eine tür ah gehen wir doch mal hier an oh jetzt wollen sie es schon wieder wissen ja ja ah ich glaube da lag was grünes zum einsammeln ja ich finde es gar nicht so verkehrt wenn man ab und zu mal durch die gegend springt weil die kombos in der luft sind sehr geil oh ich habe mal einen abgekriegt das geht mir ja auch selten oh mann 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 da ging es aber ab da müssen wir es einsammeln hier boah heftig dass der rechner die geschwindigkeit überhaupt schafft unglaublich ich bin wirklich verrückt von diesem schulden Baum genau nichts liegen lassen was irgendwie zu zerstören ist oder was man einsammeln kann so 3 von 3 mal da gehen Wände hoch da kommen wieder die Profiler Viecher oh die gehen wir auch um den Draht oh man ja da brauche ich eine Larve für wieder ja aber ich muss aber kurz was einsammeln bevor ich mich um euch kümmere das geht gar nicht geht nur nach dem Kampf da kann ich ja eigentlich die Arme wechseln jetzt müssen wir mal gucken so nicht so nicht so 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 kann ich die Arme wechseln guck mal nice anderen Arme zu benutzen ah hier kann ich die Larve nehmen dann können die da hinten einsetzen ich bin nicht weitergekommen scheiße oh alter das sind aber ganz neue Gestalten so ein bisschen aus wie die Turtles so ein bisschen aus wie die Turtles hell ante Nora sehr gut sehr gut das schätzt nicht den Commander ja ja ihr seid die Turtles und ich bin Schredder ja die kriegen ja auch nochmal eine ganz andere Farbe dann da bra bomb super genau und da muss ich jetzt die komische Larve einsetzen gar nicht oder du wirst du wirst du wirst du